Abstieg vom Turm. Wir haben es auf den Turm drauf geschafft. Jetzt müssen wir es auch wieder zurückschaffen. Oh Gott, diese Katze. Das ist Norrish. Ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört. Aber lass uns mal in der Bibliothek nachsehen, meine Süße. Und durch die müssen wir natürlich durch. Weil sonst wäre das ja auch keine Challenge hier, ne? Das wäre sonst viel zu einfach. Ist ja logisch. Ich meine... Wieso auch nicht? Fußgetrappel. Fußgetrappel. Jetzt habe ich aber ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris. Du hältst von oben aus Wache. Von oben aus. Als ob. Die springt jetzt hier rum. Genau wie ich es mir heute... An mir trinkt ihr mich vor, ihr Drecksgören. Jetzt sind wir schon mehrere Menschen. Interessant. Wo ist diese Dreckskatze jetzt? Ja, okay. Wir müssen also jetzt nicht nur ihm ausweichen, sondern auch dieser Dreckskatze. Ja, toll. Ist hier so Tropengebiet oder was? Ist hier ein Tropengebiet? Wir sind einfach hinter ihm. Natürlich er wieder in seinen Geheimwegen. Diese Katze ist aber nice animiert, auch wenn sie hässlich ist. Also nervt. Nicht hässlich. Die nervt nur. Und wie sie nervt. Okay. Was war das? War ja klar. Wieso kann er uns sehen? Wie oft ist mit der Bogensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ja, das finden sie. Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Und wie? Und danke dafür. Ist keine Musik mehr da? Okay. Hm, Hintergrundgeräusche natürlich. Sorry. Okay, kann ich da... Muss ich da auf die andere Seite? Oh Mann, ich will doch nur auf die andere Seite. Schau mal hier. Okay, nein, das ist nicht möglich. Kann ich auf den Tisch? Und dann von dem Tisch da hoch? Oh, okay, das ist möglich. Nice. Zerdicer. Plus. Okay, dann haben wir das auch. Das... Pss, 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 pss. Drei Bohnen. Wow. Wow. Drei Bohnen dafür, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, wie kommen wir jetzt an diesen hässlichen Menschen vorbei? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Wir müssen an ihnen vorbei. Okay. Lass mal... Lass zum Teufel. Okay. Gut, die sind auch drei Bohnen versteckt? Nein. Hier ist wieder dieses Tropengebiet. Wo ist denn hier die Katze? Die ist da unten. Hängt die da fest? Oh, gibt er uns Zeichen hier? Shit. Alter, der Geist hilft uns. Das ist ja richtig nice. Er läuft einfach durch die Wand. Da durch. Das bedeutet, wir müssen hier rüber. Lustig. Was zum... Was zum... Was zum... Teufel. Passiert hier. Die Katze hat uns ganz knapp erwischt. Boah, Alter. Oh, nice. Diese Tropengeräusche. Was soll das denn? Jetzt finden wir den Spiegel. Das war mir so richtig fett im Ton. Und jetzt sehen wir unsere Eltern. Jetzt kommt Dumbledore gleich. Durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam. Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels in Harry Gap entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel in Harry Gap kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Sonst haben wir nur diese hässliche Katze. Oh Gott. Anstatt, dass Dumbledore uns da raushilft? Nein. Natürlich nicht. Ich hole mir gleich das Buch erstmal hier, diese Teile-Dings, weil sonst müssen wir das jedes Mal, wenn wir jetzt sterben, oder irgendwie erwischt werden, dann müssen wir jedes Mal wieder dieses Versteck ausräumen. Warum, wozu ist dieser Raum gut? Keiner weiß genau aus nichts. Hallo? Auf dem Tisch. Und dann darauf. Perfekt. Okay. Wir haben... Immer nur wieder einen Abschnitt und dann eine Tür. Oh. 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 Kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbedäubenden Lack. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Eindringling. Hä? Was war das? Hä? Was war das? Hä? Wo bist du? Schalte dich da mal. Ich krieg dich. Darauf kannst du wenden. Hopp. 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 Ich will nur diese eine Bohne da. Hopp. Okay, nice. Jetzt müssen wir runter. Na toll. Wir müssen diese Gewichte hochheben. Und wie, am besten? Am besten auf dieser Seite, weil hier gerade niemand ist. Okay. Shit. Solange wir diesen Zauber machen, sind wir nicht unsichtbar. Hallo, Moser? Moser. Okay. Ist die andere Seite. Uh, same shit. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas anderes. Aber nein, es ist wieder nur einen riesigen Stein auf eine Platte. Und dann nochmal zwei, ne? Nice. Was? Ja, Katze, verschwinde wieder. Ich muss da hin. Ich muss an dir vorbei. Ich dachte gerade, sie springt hier rein. Die hört richtig gut. Das ist der Radius, von der wir hier weg sein müssen von ihr. Ernsthaft. Okay. Ah, Gott. Wir sind durchgekommen. Gut. Boi. Ich will echt nicht erwischt werden. Vor allen Dingen, diese Katze hat einfach mal so einen riesigen Range. Es ist unglaublich, dass sie uns auf diesem Bücherregal, als wir da gerade unter anderem geimpft sind, nicht erwischt haben. Hat. Hallo. Hallo Katze. Tschüss Katze. Da war wieder dieses... Ich spring jetzt hier rein. Okay. Und das letzte Gewicht. Und dann sind wir durch. Was ich nicht frage, ist, warum stellen die sich nicht einfach davor? Wo ist die Tür? Weil wir müssen ja da durch. So. Also. Das war das letzte Gewicht. Bam. Was? Okay. Geht er hin? Oh, die Katze. Die Katze ist noch da. Okay. Hm. Cool. Haben es geschafft. Ich hätte auch nichts anderes gewusst, wie ich die Katze jetzt verändern könnte, sollte ich gerade sagen. Was jetzt? Oh, Fred und George. Was machen die denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Ich stell mich jetzt da mit drauf. Nice. Endlich wissen wir, was sie aushacken. Werden wir sehen, was sie aushacken. Sammeln sie Gnome, wie ich gesagt habe. Hey Harry. Hast du die 25 Bohnen für uns? Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Danke Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Danke Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Wow, okay, dann haben wir jetzt hier diese Karte. Ist das dann die letzte oder haben wir dann alle... Wir haben wirklich eine gesehen, glaube ich. Hm. Gucken. Wie viele Karte haben wir gerade? Wir haben gerade diese Karte hier bekommen. Und da haben wir schon eine Karte. Wir haben also so viele übersehen, das ist krass, okay. Ich wüsste nicht, wo die alle versteckt sein sind. Was? Wie kommen wir hier nicht? Okay. Egal. Was machen die nur mit diesen riesigen vielen Bohnen? Jetzt müssen wir uns weiter verstecken, na toll. Anstatt dass sie uns helfen. Wieso hilft uns keiner? Dumbledore hat uns nicht geholfen. Fred and George haben uns nicht geholfen. Und... ... ... ... ...